Wenn wir innere Unruhe haben, Nervosität, dann liegt es sehr oft daran, dass wir in letzter Zeit zu viel gegrübelt haben. Das Nervensystem verändert sich jetzt. Das bedeutet, Sympathikus und Parasympathikus sind nicht mehr im Lot. Das führt dann zu diesen Symptomen, die wir haben. Diese Angespanntheit, wir beißen auf den Kiefer, sind unruhig und fühlen uns die ganze Zeit wie innerlich getrieben. Kein Wunder, dass man in so einem Zustand auch leichter in Angstreaktionen kommt, wie Panikattacken und starken Stress. Wir versuchen dann anschließend immer mit Grübeln etc. diese Symptome wieder in den Griff zu bekommen. Das funktioniert nicht. Ein Nervensystem kann man nicht mit Gedanken wieder beruhigen, sondern man muss es mit gezielten Übungen wieder beruhigen. Und in diesem Video möchte ich dir eine Anleitung geben, zeigen, mit der du dein Nervensystem beruhigen kannst. Und du kannst immer wieder zu diesem Video zurückkehren, wenn es dir mal nicht gut geht und diese Anleitung einfach immer wieder wiederholen. Nicht wundern, ich werde öfters in diesem Video das Wort OM sagen. Das hat damit zu tun, dass dieses tiefe OM den Vagusnerv sehr stark stimuliert und dadurch können wir besser zur Ruhe kommen. Und ich werde mit Absicht jetzt sehr viel tiefer sprechen, also eine tiefe Stimme anwenden. Des Weiteren werde ich dir ein Mantra aufgeben, weil wenn du dieses Mantra immer wieder aufnimmst, kannst du im Alltag dich daran erinnern, wie du bei dieser Übung Ruhe hast. Das bedeutet, wenn du irgendwo bist oder irgendetwas machst und es geht dir nicht gut, dann ruhst du dieses Mantra auf. Und dieses Mantra ist dann verbunden mit der Erinnerung, konditioniert mit diesem Video in der Übung. Deswegen solltest oder kannst du natürlich selbstverständlich immer wieder zu diesem Video zurückkommen, um das richtig tief zu verinnerlichen. Starten wir. Schließ einmal deine Augen. Das Mantra ist Selbstvertrauen. Dieses Wort kann dich überall zu jeder Zeit beruhigen. Gehe nun mit deiner Aufmerksamkeit auf deine rechte Wade und spüre sie. Während du sie spürst, bemerkst du aufdringliche Gedanken. Lass sie sein. Sie dürfen da sein. Gehe mit deiner Aufmerksamkeit wieder in die rechte Wade. Selbstvertrauen. Gehe nun mit deiner Aufmerksamkeit in die linke Wade. Du bemerkst wieder auf die rechte Wade. Gehe nun mit deiner Aufmerksamkeit in die rechte Wade. Sie dürfen da sein. Gehe mit deiner Aufmerksamkeit in die linke Wade. Gehe mit deiner Aufmerksamkeit. Gehe mit deiner Aufmerksamkeit in den Oberbauch. Bemerkst du da eine Emotion? Wenn ja, benenne sie beim Namen. Du bemerkst aufdringliche Gedanken. Gehe mit deiner Aufmerksamkeit. Ich will dieses Video beenden. Ich schaue mir was anderes an. Shorts. Lenke mich ab. Nimm diese Gedanken wahr. Lass sie da sein. Gehe mit deiner Aufmerksamkeit wieder in den Oberbauch. Wir stärken deine Aufmerksamkeitsspanne dadurch und dein Bewusstsein. Spüre die Emotionen im Oberbauch. Selbstvertrauen. Du bemerkst wieder aufdringliche Gedanken. Das ist langweilig. Ich will mich ablenken. Das ist langweilig. Ich will mich ablenken, sagen die Gedanken. Das bringt doch alles nichts, sagen die Gedanken. Sie dürfen da sein. Du bist nicht deine Gedanken. Gehe mit deiner Aufmerksamkeit wieder in den Oberbauch. Selbstvertrauen. Gehe mit deiner Aufmerksamkeit in den Bereich der Lunge. Gehe mit deiner Aufmerksamkeit. Gehe mit deiner Aufmerksamkeit. Du bist jetzt im Hier und Jetzt. Nimm wahr, wie dein Körper atmet. um selbstvertrauen du bemerkst wieder aufdringliche gedanken jetzt dauert es mir echt zu lange sagen die gedanken nach was anderes stehe auf du bemerkst die gedanken sie dürfen da sein die mit deiner aufmerksamkeit wieder in deine lunge selbstvertrauen spüre deinen rücken von nacken bis steißbein um selbstvertrauen spüre deine füße um selbstvertrauen spüre deine arme um selbstvertrauen spüre deine hände um selbstvertrauen spüre deinen kopf um selbstvertrauen du bemerkst du bemerkst aufdringliche gedanken jetzt wird es sehr langweilig nimm sie wieder wahr spüre jetzt deinen ganzen körper spüre vom kopf bis zur zehenspitze stelle stelle dir vor du siehst dir gerade zu um selbstvertrauen um selbstvertrauen weil du im hier und jetzt angelangt bist zähl dich jetzt bis 3 und du wirst deinen ganzen körper ganz fest mit allen muskeln anspannen eins zwei drei spanne ihn an den kiefer alle muskeln beiß es so fest zu wie du kannst und lass los selbstvertrauen selbstvertrauen nimm jetzt die neue entspannung im bauch wahr atmen sie hinein selbstvertrauen um selbstvertrauen um öffne öffne nun deine augen fühlt sich toll an und wenn du jetzt wissen möchtest wie man mit dem grübeln aufhören kann hier ein video dazu bedanke fürs zusehen namaste